Hi, ich bin Thies vom Blog Uberding. Ich bin heute mit Vodafone in Barcelona, um mich mit Frankie Zapata, dem Erfinder des Flybots, zu treffen und um seine unglaublichen Erfindungen selber auszuprobieren und um noch viel verrücktere, futuristischere Dinge mit ihm zu erleben. Ich habe die Idee von der Flybots in Juli 2011, und dann, der erste Tag, ich habe meine Füße auf, um die Hose und der JetSki zu entfernen, um alle Welt zu fliegen und zu werden, wie ein Superhuman ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.